Was hat sich bei der Frau Doktor sehr gut aufgehoben gefühlt? Frau Doktor, weil ich habe so Hustenreize, wenn ich so lange in einer gewissen Lage bin, da hat sich direkt jemand geholt, der fragen konnte, ob sie mir einen Arzt holen soll, ob sie mir oder ins Krankenhaus wegen meinem Husten, das war, das habe ich nie so gekannt und das ist, so etwas kann man nicht beschreiben, das muss man wirklich erleben, wie einfühlsam die Mitarbeiter hier im Hause sind, ja. Man hier hinkommen kann und man bekommt A, alles sehr gut erklärt, B, bekommt man hier alles, was man sich vorstellt und machbar ist, hier im Hause gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich die Denta Prime gewählt habe, ja. Ich werde sie auch allen meinen Bekannten empfehlen, ja, also mein bester Freund wird mit Sicherheit nächstes Jahr kommen, der wartet nur auf mich, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich kann es nur empfehlen, ja. Also ich möchte keine Minute, die ich hier im Hause war, sagen, sie war für mich unangenehm. Es war immer sehr angenehm.